Laura. Laura. Pädokeller. Uuh. Ich hab mal gefragt, zum Temptation zu gehen. Aber er wird sich sicher betrügen. Wunderschön. Wunderschön. Nein, nein, nein. Servus, Leute, herzlich willkommen zu einem direkten Reaction-Video zu einem Liebeslied von Kelvin Kleinen, Klein, zu Laura Müller. Wir kennen den Herren ja schon aus diversen Temptation Island-Staffeln und anscheinend ist der Herr wieder Single und möchte eine neue Part drin haben, damit der nächste Staffel jeder wieder hat, mit der er dorthin gehen kann und deswegen gibt es ein Lied zu Laura Müller. Kelvin 92, das Lied heißt Laura, produziert von Jolio und ich hab mir gedacht, wir schauen rein und hören uns dieses Meisterstück an. Ich hab's noch nicht gehört, ich hab die ersten 30 Sekunden gehört, deswegen sagen wir mal starten wir das Video und viel Spaß mit euch, wenn es los geht. Äh, die ersten 3 Sekunden und es ist jetzt schon creepy, dass da viele Bilder an der Wand hängen. Ja, Laura. Laura, Laura, muah. Ich hab dir ein Lied geschrieben. Er singt zu ihr und er sagt, er hat ein Lied geschrieben. Ach du meine Güte, okay, wir hören weiter. Nur für dich. Entschuldigung, ich muss sowieso unterbrechen, weil ich darf nichts durchspielen lassen, sonst gibt's einen Copyright Strike. Wieso dreht man ein Musikvideo im Keller und der schaut aus wie so ein Pädokeller? Hörst dir an. Das ist doch der schlechteste, älteste Witz, Anmachspruch, den es gibt. Sind deine Eltern Architekten, du bist so gut gebaut. Ein Traum von meiner Frau, es wäre diesmal erlaubt. Ein Traum von meiner Frau, es ist diesmal erlaubt? Kein Problem, ich hab Mama gefragt. Er wohnt ja noch immer bei seiner Mama daheim mit 25, 30 Jahren, ich weiß es nicht. Und hier perfekt gefotoshopt. Man sieht, die zwei sind zusammen in einem Urlaub gewesen. Toll. Er kommt nicht auf dumme Ideen, mit dir zur Temptation zu gehen. Ja, ach, bitte. Er hat immer in Temptation Island eine neue kennengelernt. Mit der war er dann im nächsten Jahr bei Temptation Island und jetzt ist er wieder Single. Komisch. Nicht auf dumme Ideen, mit dir zur Temptation zu gehen und dich dabei um zu sehen. Das ist geil. Er will sie nicht bei Temptation Island weinen sehen, aber er wird sie sicher betrügen. Aber wein bitte nicht. Niemals. Es würde sich ja auch für dich lohnen. Wein. Ich besorg dir Kooperationen. Ach so. Es würde sich auch für dich lohnen, weil ich besorg dir Kooperationen. Ja, vor allem, wenn du so ein professionelles Musikvideo in so einem Foltervergewaltigungskeller, wo er dann so Fotos aufhängt und dann die Frauen da reinschleppt und oh. Auszugehen wäre für mich wunderschön. Ich bin dein Märchenprinz. Der Märchenprinz mit Fake irgendwelcher fetten Brille, Plastik, Goldarmband und Rolex und einer Ben Lee Bauchtasche. Ja. Diesen Affen stehen. Wir können uns lieben oder hassen. Ich würde dich niemals verlassen. Du musst dich nur drauf einlassen. Okay, ja, ich weiß nicht, ob Michael Wendler oder wie der heißt, besser ist für sie, aber ich glaube, die beiden sind beide nicht wirklich positiv für sie. Und schaut sich die Fotos an an der Wand. Wie creepy. Ich weiß nicht, ob er sie persönlich kennt, aber wie kann er jetzt schon daraus schließen, dass die beiden ein Traumpaar sind? Okay. Du bist meine Laura. Das Wichtigste ist ja erstmal eine ganze Flasche Rotwein. Das ist eh Standard. Für dich würde ich treu sein. Das hat er bei deinen letzten vier Beziehungen auch gesagt und dann ist er wieder bei Temptation Island gelandet. Ich liebe dich, Laura. Bist du mit mir, wird dich der Pocher nicht dissen. Ich glaube, der Pocher würde sie ordentlich dissen, wenn die zusammenkommen würden. Achso, da ist die Plastik-Rorlex, gell? Ich werde dich beschützen. Ich will dich jetzt küssen. Das erste Date im creepy Keller mit Nacktfotos von ihr rundherum und er will sie küssen. Mädels, wenn ihr sowas erlebt, rennst schnell. Rennst heim, rennst irgendwohin, rennst einfach weg. Wenn du wie bei dem Dorf auf Skandale stehst, kein Problem, wir können gerne auch ein Filmchen drehen. Darauf ist er wohl aus, ein Filmchen zu drehen und damit ein bisschen Kooperationen zu schießen. Die Moncherie-Packung, die endlich mal aufgemacht wurde und sonst immer weiter verschenkt wurde. Ich bin mir sicher, der Calvin war so auf Facebook unterwegs, hat dann auf Wish diese Box hier gesehen für einen Ring mit einer LED-Leuchte. Perfekt. Wir sind zusammen, wir haben uns noch nie kennengelernt, aber antworte bei Instagram, dass wir zusammen sind. Ja. Ich träum von einem Baby um uns rum, dumm, die dumm, einen Pick-Up hätte ich gerne oder bin ich zu jung. Er träumt jetzt schon von einem Baby um die beiden herum, kann aber nicht mal mit einer Frau gescheit umgehen. Ich hab keinen Bock mehr jetzt zu singen, ich würd dir lieber Blumen bringen, dich verwöhnen mit süßen Dingen, du bist Queen und ich dein King. Mit süßen Dingen. Aha. Ach, ja gut. Aber wenn du an denselben Scheiß wie der Depp glaubst, dann bin ich auch raus und das wär's dann auch. Ich mein, der Depp, Michael Wendler, hat der sie nicht zum Playboy gebracht, deswegen hier die ganzen Nacktfotos von ihr an der Wand mit kleinen Kreuzen. Oh, und vor allem diese Heizungsrohre, die machen mich ja komplett fertig. Du weißt, dass du grad nen Riesenfehler machst, trenn dich von dem Trottel, rette dein Lebensschatz. Rette deinen Lebensschatz, indem du eine Karriere bei Tentation Island startest, wo du wieder verarscht wirst. Ja gut. Mit dir mal auszugehen, wär für mich wunderschön. Oh, das wär so wunderschön. Ich bin dein Märchenprinz, lass diesen Affen stehen. Ich mein, ich will jetzt hier keinen als Affen beleidigen, aber würden Affen nicht Essstäbchen so verwenden? Können uns lieben oder hassen, ich würd dich niemals verlassen. Er würd dich niemals verlassen, aber sie müsste ihn verlassen, wenn er halt neben ihr noch fünf andere Frauen hat. Wahrscheinlich hat er sich letztens den Playboy gekauft und dann hat er sich so verliebt und dann hat er ein Lied geschrieben. Schön. Nein, nein, nein. Es war so klar, dass sowas kommen wird. Für dich, für dich treu sein, ich möchte dein Freund sein, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und seinem Teddybär muss auch noch die Augen zuhalten, nicht, dass er es am ersten Mal eine Frau sieht. Wir beide sind dein Traumpaar. Ich liebe dich. Das einzige Traumpaar, was da vorhanden ist, ist Calvin und der Wein. Auch bei Tentation Island, er war halt dauerfett. Er hat dauernd gut mitgetrunken. Du dein Traumpaar, du hast mich verzaubert, du bist meine Laura. Und sein Blick, der war auch bei Tentation Island, wo er an sich gearbeitet hat. Für dich, für dich treu sein, ich möchte dein Freund sein, ich liebe dich. Laura. Laura. Uh, jetzt kommt sicher noch eine extrem romantische Message, mit der er sie einlädt zu sich und sie soll den Michi verlassen. Lass mich das einzige echte Geschenk in deinem Adventskalender sein. Oh. Scheiße, warte die Sprüche her, von welcher 2011er Gute-Frage-Seite. Ah, schöne Sache, das war's. Calvin, 92, Laura. Man sieht, er möchte Laura. Er möchte Laura. Es ist so geil, wenn von ihr so eine Antwort kommen wird. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Dasein dieses Lieds gefallen, dieser kurze Einblick. Ja, ich weiß nicht, ob sie diesen Liebesbeweis annimmt und dafür den Wendler verlässt. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, den Calvin in der nächsten Staffel wieder bei Temptation Island zu sehen. Wir werden sicher was von ihm hören. Und ja, bis dahin freue ich mich sehr, wenn ich hier oben meinen Kanal abonnierst, um das nächste Video nicht zu verpassen. Hier oben kannst du sehr gerne in die neueste Folge vom Bachelor reinschauen. Hier unten in die neueste Folge von AYTO, eine komplett kranke Show. Und lass mir sehr gerne Kommentare und Daumen da, um das Lied zu bewerten. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, bis dahin, alles Liebe und tschau tschau. Ich will dich, Laura. Oh yeah. Ach du meine Güte. Bis dahin, alles Liebe und tschau tschau. Untertitelung des ZDF, 2020